Damit Sie den Cochlea Nucleus 7 Soundprozessor sichertragen können, gibt es optionales Tragezubehör. Der verriegelbare Cochlea Ohrhaken ist für kleine Kinder gedacht. Er sichert den Ohrhaken am Soundprozessor, damit er sich nicht lockert oder verloren geht. Für zusätzliche Sicherheit sorgt der Cochlea Hackfit, der den Soundprozessor eines Kindes sicherer am Ohr hält als normale Ohrhaken. Bei Sport und Spiel hält der Cochlea Snackfit den Soundprozessor an Ort und Stelle. Um diese Trageoptionen am Nucleus 7 Soundprozessor zu befestigen, nehmen Sie zunächst den Ohrhaken und das Akku- oder Batteriemodul ab. Haken Sie zuerst das Ohrhakenende ein, dann den Metallhaken am Akku- oder Batteriemodulende. Schließen Sie dann einfach das Batterie- oder Akkumodul wieder an, wie Sie es sonst auch machen. Achten Sie darauf, dass der Metallhaken flach liegt, damit das Akku- oder Batteriemodul angeschlossen werden kann. Für Kinder ist auch das Cochlea-Zubehör gegen Verlust sinnvoll. Mit dem Cochlea Koala Clip wird der Nucleus 7 Soundprozessor an der Kleidung des Kindes befestigt, bis es den Soundprozessor am Ohr tragen kann. Eine andere nützliche Option ist die Cochlea Sicherheitsschnur. Sie wird an der Kleidung befestigt, damit der Soundprozessor nicht verloren gehen kann. Die Cochlea Sicherheitsschnur. Sie wird an der Kleidung des Kindes befestigt, damit der Leibung des Kindes befestigt. Untertitelung des ZDF, 2020